Willkommen zurück zum nächsten Game und zwar Benji Bananas. Weil mich geht direkt mal rein, das ist so ein Lianenschwingspiel. So, tap to continue, seine Frau will Bananen und wir besorgen ihm die. So, ah genau, ich hab mir ein Magnet gestern geholt, weil ich hab da mal angezockt. War echt ganz cool, Magnet ist immer gut bei solchen Spielen, also man muss im Grunde immer einmal drücken. Wenn man loslässt, springt er los. Da war ein Magnet. Und da muss man wieder drücken, damit er sich dann quasi festhält an der Liane. Ah ja, gedrückt halten. Ist da wohl ein bisschen runtergefallen. Und dann halt wieder loslassen, der Schemank in der Luft. Läuft aber leider nicht so smooth auf dem Tablet, was ich hier habe. Ah ja, für die Leute, die mal fragen, wie ich das hier aufnehme, einfach mal eine Videobeschreibung gucken. Oh, uhuhu. Tada. Okay, meine... Das sind meine Aufträge, die ich habe. Ich soll 50 Bananen sammeln, habe ich gerade gemacht. Bis Welt 2 kommen und in Welt 2 30 Bananen sammeln. Das schaffen wir aber. Oh. Und neu 500 Bananen sammeln. Probieren wir nochmal. Eigentlich sollte ich gar nicht so weit springen, weil dann könnte ich mir... Wow. Ach so, das ist... Weil diese Anzeige da unten kommt, deswegen bleibt es kurz stehen. Also läuft da doch smooth. Hui. So, schauen wir mal, ob wir einen Rekord schaffen. Mein Rekord war sogar irgendwo in Welt 2. Aber wir müssen jetzt sowieso erstmal in Welt... oder nach Welt 2 kommen. Oh, ein Magnet. Das ist der Hammer. Boah, Glück gehabt. Ein Spinnennetz, noch ein Spinnennetz. Alter, da war Welt 2. Der hat mich auch ein bisschen abgelenkt mit seinen Holt hier. Aber so ein ähnlicher Spiel habe ich schon mal gezockt. Komm gerade nicht auf den Namen. Da war man halt so ein Tönes mit so einem... Ja, so ein Indiana Jones Style. Oh mein Gott, die letzte Liane erwischt. Und klar, jener... Oh, alter. Weißt du, gestern? Erste Mal gezockt. Fast bis Welt 2. Ja, sauber. Zumindest Magnet. Gibt es auch noch ganz viele andere Items. Aber die muss man natürlich erst mal einfach freischalten. Olé. Ich war magnetisch an Ende. Hält nur ganz kurz. Ah, guck mal, jetzt geht der Tor ab hier. Oh, Glück gehabt. Man darf aber nicht so lange festhalten, weil davon liebt man dann Speed. Oh. Was ist denn los? Weil den Auftrag, den schaffen wir doch noch, oder nicht? Also ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung wert, weil es gratis ist, das Spiel. Natürlich, man kann sich wieder diese Gold Coins kaufen, wenn man möchte und sich dann alles freischalten. Boah. Das ist super, man. Aber ich finde, dann kann man sich auch direkt alles holen und dann braucht man immer spielen. So hat man wenigstens noch ein Ziel. Oh, da war noch eine fette Banane. So, jetzt wird es wieder kritisch. Boah, das war knapp. Boah. 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 bananen sammeln und insgesamt 500 meter mal schaffen ich glaube in einem spiel 500 meter wer der hammer egal die 30 die 30 bananen in der zweiten welt die will ich aber haben und ich muss irgendwie höher kommen so ist hat nämlich ein bisschen blöd ja guck mal geht doch schon geht doch und mach ich wollte sie mal gar nicht nur ein item weil die zeige ich euch ja mal wenn ich die 30 bananen kriegt wahrscheinlich dauert jetzt ewig ich hatte auch mal so einen modus aktiviert dass man sehen kann wo und wann ich auf dem tablet rück nur irgendwie seit dem letzten update finde ich das nicht mehr da war dann immer kann man auch glaube ich in den letzten paar spielen sehen da war da immer so ein weißer punkt und bei dem bei dem spiel jetzt nicht so interessant boing guck mal kollekt ich hab sie kollektet und ihr könnt mir auch gerne noch spiele reinschreiben in die kommentare die wirklich mal einen blick wert sind hat er keine beine also den blick wert sind bevor das macht guckt aber bitte mal in die playlist die ist immer in jedem video verlinkt ob das unter den 70 spiel nicht schon drin ist ich habe schon eine menge gezockt also 70 spiele boah er hat beide sind halt nur so kurz ok und use the head start ok machen wir 1000 wtf ach cool da kommt mein kollege wahrscheinlich ein gorilla und schmeißt mich nach vorne hör mal das kann natürlich nichts mehr kaufen hier da ist ein kummer alter das hat sich ja gelohnt 1000 für den arsch um ist das stand endgame between also 300 und noch irgendwas ja kann ja schnell passieren bei mir hier so blöd kann er doch nicht sein ich hab da gedrückt ach da mein best 399 ok also ich muss nur wer 2 kommen ich glaube ich drücke zu spät gleich kann mich welt zweimal am arsch lecken so boah der war krass das hält ja echt nur 2 sekunden oder so jetzt ziel 1 ist es ganz nach oben zu kommen hat ja schon mal gut geklappt aber das klappt ja gar nichts mehr komm schon wo ich würde jetzt sagen er macht das nicht ich sage lieber jetzt gar nicht weil das ist ein super spiel aber ihr könnt ihr mal schreiben wie viele bananen ihr findet oder kriegt oder punkte oder wie viele meter ihr geschafft habt aber wichtiger wenn man ein paar coole spiele ich wollte nicht wieder so ein prison scheißer spiel wie schon mal boah der war knapp gewesen welt 2 ist unerreichbar für mich sehr gut das könnte mal mehr sein aber viel cooler boah ich habe mich schon wieder tot gesehen schon wieder tot gesehen mehr da wollte ich nicht zupacken hier aber komm das sieht gut aus komm du knecht boah wo ging der denn so ab nach unten ich hoffe wenn ich drücke da macht der sonnenkörper boah boah sauber boah sauber so 30 bananen alter egal das andere gekriegt ok da da swing 20 times ok scheiß geräusch im hintergrund warte mal kann man jetzt extra nicht wundern bam ok man kann doch schneller sterben oh da ist was neues item ah das rescue squad info achso die verfolgen einen und schützen einen davor auf dem boden zu landen nicht schlecht was wäre denn aber nochmal interessant ich glaube ich hole das mal genäht eine weitere stufe also man kann hier zum beispiel diesen das hier holen achso die lianen werden länger alles klar jetzt überlegen so what dann ringsuit ich glaube da kriegt er so einen umhang swing boost dann wird er wahrscheinlich schneller ja genau dann der rescue squad und den magnet dann haben wir noch headstart tiger smacks what is this achso man wird da nur nein ja genau hier kann man einkaufen extra lie aber das ist alles immer nur eine gasmask ninja also man kann jedoch schon durchaus seine zeit verbringen mit aber egal das war benji banana und bis zum nächsten spiel das war